Servus! Sam Nauto ist wieder da. Gestern bin ich zum Sommernachtsturmfestival in München mit meinem Freund gegangen, AG Farm. Das war sehr, sehr gut und besser als ich gedacht habe, weil es viele Feuerwerks in Japan gibt. Ich habe schon viele Feuerwerks geschaut in Japan und mein Freund hat gesagt, dass es am größten Feuerwerk in München oder in Deutschland ist. Ich habe gedacht, ich fragte mich, wie das Feuerwerk aussieht. Es gab tatsächlich viele Leute da. Zum Glück konnten wir einen guten Platz finden und uns setzen. Wir haben zwei oder drei Bier bevor wir Feuerwerk getrunken. Die Atmosphäre war sehr gut. Ich fand das schön. Und ja, Feuerwerk beginnt. Und das war toll. Toll? Ja, oder geil. Und ja, es dauert 30 Minuten. Und ich fand die Musik auch schön, so wie Feuerwerk. Und ja, ich werde das Feuerwerk uploaden oder auf YouTube nehmen oder uploaden. Oder ich weiß nicht. Ja, und ja, anyway, es war sehr schön und schönes Wochenende. Und schönen Sonntag und bis nächstes Mal.